Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein Gryffindor. Ja, die Leute, die Harry Potter kennen, die wissen jetzt Bescheid. Die Leute, die nicht Harry Potter kennen, denken wahrscheinlich jetzt so, hä? Ja, es ist irgendwie so, ich habe ein Parallelleben noch, wo ich in Hogwarts auf die Zauberschule gehe. Jetzt denken viele von euch vielleicht so, hä, ich habe einen an der Waffel, aber es macht nichts. Ja, für die Leute, die Harry Potter kennen, also der sprechende Hut hat mich eingeteilt in Gryffindor und dann wollte ich euch mal die Sachen zeigen, die ich davon habe. Hier den Schal mit dem Zeichen. Lana, du willst auch was erzählen? Was sagst du denn dazu? Ja, und diese Jacke, wo das hinten noch drauf ist, steht das noch drauf? Ja, das ist von meinem Haus. Nur einen Zauberstab habe ich leider noch nicht. Da hat Professor Snape sich neulich beim Essen so verschluckt, da musste jemand ihm mit dem Zauber helfen, weil das Problem ist, ich habe nur einen Zauberstab von Lillifee. Und ja, das geht natürlich gar nicht. Und dann muss ich demnächst einen Zauberstab kaufen. Wo gehe ich da hin, Leute? Richtig, zu Ollivander. Und dann kaufe ich mir erst mal einen vernünftigen Zauberstab. Und ja, ich kann schon ein bisschen zaubern. Lana, soll ich dich mal in ein Pferd verwandeln? Möchtest du mal ein Pferd sein, Lana? Möchtest du mal ein Pferd sein? Soll ich meine Lana in ein Pferd verwandeln? Naja, das mache ich lieber draußen, weil ich wohne ja im Dachgeschoss. Und wenn ich sie jetzt in ein Pferd verwandle, wie soll ich sie denn durchs Treppenhaus kriegen? Hm. Ja, dann machen wir das lieber draußen, Lana. Probieren wir mal aus, ne? Ich hoffe, das klappt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Luna. Tschüss. Und eure Lana. Sagt Tschüss, Lana. Sagt Tschüss. Sagt Tschüss.